Liebe Leute da draußen, in agrarpolitisch-landwirtschaftlich interessierten Kreisen kommt in den letzten Tagen jetzt an einem Thema nicht vorbei, und zwar an diesem quasi Handelskrieg zwischen der Nöhm als Molkerei und dem Lebensmittelhändler Spar, der großen Kette. Worum geht's? Die Nöhm wird sozusagen höhere Preise bei Preisverhandlungen durchsetzen, argumentiert mit gestiegenen Kosten, die wir eh ehrlich spielen, ist eh gar keine Frage. Der Spar argumentiert aus der Gegenseite außer, dass die Energiekosten und die Futtermittelkosten gefallen sind und sie sozusagen dieses Angebot ausschlagen und keine Preisanhebung sozusagen akzeptieren. Natürlich, wurscht und geht es jetzt aus, ist ganz klar, quasi sie sorgen dafür, dass die Kunden gut und günstig sozusagen mit Lebensmitteln versorgt werden. Es könnte natürlich auch sein, dass diese Marktmacht schon ein bisschen kritisch ist, in diesem hochkonzentrierten Lebensmitteleinzelhandel, den wir in Österreich heute einmal haben. Aber gut, sei so. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Nöhm liefert halt zumindest im Moment dort jetzt keine Milch hinein, auch keine anderen Milchprodukte. Der Handel kann in dem Sinn dadurch jetzt nichts verlieren, großartig, weil er weiß, es gibt jede Menge Molkereien, die auch im Bauernhand sind, die auch genossenschaftlich organisiert sind und die liebend gern auf diese Forderungen vermutlich eingehen und da eingeliefern. Die Marktmacht, wie gesagt, ist da schon etwas bedenklich. Bei der bäuerlichen Seite hört man jetzt natürlich sehr, sehr oft, naja, da müsste man jetzt eigentlich zusammenstehen und sagen, Freunde, um die Bedingungen können wir nicht liefern. Da gibt es für uns halt nichts. Und das quasi flächendeckend. Ich glaube, das stellt man sich halt auch als Außenstehender, mich inklusiv leichter vor, wie es ist. Erstens einmal ist das natürlich Frischware, die fällt jeden Tag an, die muss jeden Tag vermarktet werden. Da geht es ja dementsprechend um große Mengen. Das ist ja nicht der Kreisler im Ort, sondern das ist ja eine Riesenbude, der Sparer, ganz klar. Und es gibt dann auch noch so Organisationen wie die Bundeswettbewerbsbehörde, die da vermutlich dann auch dementsprechend eingehen würde. Bundeswettbewerbsbehörde, lustigste Thema, dazu wäre ich dann noch ein kleiner Schwank. Wenn man jetzt dieses Milchthema da anschaut, kommt man natürlich an einem mittelständischen Unternehmen im Hintergrund nicht vorbei. An dem kommt man im Milchbereich in Österreich generell nicht vorbei. Dieses nennen wir es mittelständische Unternehmen, leistet sich ja nebenher auch noch so eine mittelgroße Bank, die ja nicht nur, ich glaube, die ist sogar global aktiv. Und darüber hinaus leistet sich die ja sogar eine eigene Partei, die vor allem in landwirtschaftlichen Themen in Österreich ja so stark dominiert. Diese Partei hat gerade Regierungsverhandlungen anzuführen, oder Koalitionsverhandlungen anzuführen, wie auch immer man das nennt, Regierungsbildungsverhandlungen anzuführen. In Niederösterreich sein Landwirtschaftskammer wollen, in nicht allzu weiter Ferne. Das heißt, wenn sich diese Partei, dieses Konglomerat rund um dieses mittelständische Unternehmen, sage ich einmal, mit dem Spar bettelt, dann weckt das immer ein bisschen, ja wie soll man sagen, so auf die Art so Déjà-vu-Dings, das war doch schon einmal. Wenn man so ein bisschen zurückgoogelt, innerhalb Abstand vor ein paar Jahren betteln sich die. Vor allem eine Teilorganisation dieser Partei, die dann immer wieder einmal so ein Lebenszeichen von sich gibt, dass sie ja für die Bauern kämpft und WhatsApp-Status macht und so weiter. Keine Ahnung. Aber soll so sein. Bundeswettbewerbsbehörde ist auch so ein Thema. Ausnutzung der Marktmacht ist in diesem Lebensmittelhandel ja ein großes Thema. Wir wissen, in Österreich unvergleichlich hoch im europäischen Vergleich konzentriert auf einige wenige Handelspartner auf der Vermarkterseite. Dem Vernehmen nach ist die Bundeswettbewerbsbehörde sozusagen diesem Konglomerat rund um diese Bank, diese Partei, dieses mittelständische Unternehmen eher wohlgesonnen. Also es hat auch einige Fälle gegeben in den letzten Jahren, wo es eigentlich als interessierter Laie, sagst du, es ist eindeutig Ausnutzung der Marktmacht. Da muss die Bundeswettbewerbsbehörde was machen. In solchen Fällen ist da gar nichts passiert. Im Gegenzug dazu sozusagen gibt die Bundeswettbewerbsbehörde hin und wieder auch ganz lustige Lebenszeichen von sich. So geschehen vor zwei oder drei Jahren mittlerweile, wie diese ganze Teuerung da so angeschoben hat. Da hat nämlich so eine Gratis-Tageswochenzeitung in Oberösterreich, ich glaube in Steyr, wenn ich es richtig im Kopf habe, einen Keberbrotter interviewt und hat gefragt, ja, keine Ahnung, wie geht es hier mit der Teuerung um? Wer ist jetzt der Kebabteurer und so weiter? Und der Typ hat dort gesagt, naja, er hat das schon mit seinen Kollegen und Brüdi im Ort gekriegt, der die anderen Kebabstände betreibt, was machen wir mit dem Preis? Sie wollen sich da halt irgendwie sozusagen was ausdenken. Da brauchst du nichts denken. Einstenswort auch später war bei denen die Bundeswettbewerbsbehörde im Haus, nach dem Erscheinen der Zeitung, weil natürlich da der Verdacht auf verbotene Preisabsprachen wirklich ein eklatantes Thema war und in diesen Milliarden-Business-Keberbroten in Steyr unmittelbar das Einschreiten dieser Behörde da sozusagen erfordert hat. Dass Leute, die in dieser Behörde reinsitzen, bei eben solchen Firmenkonglomeraten Vorträge halten und so weiter, ist vermutlich alles nur Verschwörungstheorie, aber ist eben ein anderes Thema. Grundsätzlich eben da jetzt die, das würde ich euch eben auch noch erzählen, wie argumentiert meistens da dann die Handelsseiten sozusagen gegenüber oder gegen solche Preisforderungen, die ja von ersten Blick mit Gspierens-Oleum-Göttaschel oder sowas teurer wird, aus der Produzentenseite ja durchaus angebracht erscheinen mögen. Da sind wirklich absolute Profis am Werk. Das geht eben so weit, dass da Einkäfer zum Teil deutlich über 100 Kühe besitzen, selbst wirklich am Papier besitzen, die natürlich nicht selbst bewirtschaften, sondern die Kühe in ganz Österreich im Einzugsgebiet oder in Frage kommenden Molkereien aufgeteilt haben und die dort bei Bauern eingestellt haben. Die bekommen von diesen Tieren jeden Monat sozusagen die Auswertung, was kostet das Viech, was hat das Viech gebracht und daher mit diesem Informationsvorsprung gehen die dann in diese Preisverhandlungen. Weil die einfach genau weiß, du liebe, keine Ahnung, ich sage jetzt einmal Bachlermilch, du wirst jetzt erfahren, wir haben da schon 55 Cent. Ich meine, meine Kuh, die aber in deinem Gebiet dort steht, mit diesen Kosten sozusagen Milch produziert, auch die ihr euch beruft, da schaut die Welt aber ganz anders aus, sei es nach oben oder nach unten. Das heißt, da sind da schon absolute Profis am Werk, die da wirklich dementsprechend gegenüber der bäuerlichen Zeiten, die halt dann meistens aus gelernten Bauern besteht und halt ein paar bezahlten BWLern oder keine Ahnung, wo sie da vorne sitzen, die haben da schon einen dementsprechenden Vorsprung, wage ich, ja, oder befürchte ich, sagen wir so. So, lange Rede, kurzer Sinn, dieser ganze Milchapparat da, dieser ganze Milchmarkt, die ist wirklich eine Wundertüte. Kollege, Freund eigentlich, den ich sehr, sehr schätze, der jahrzehntelang im Molkereiwesen aktiv war, sage ganz passend immer, wenn du nicht an Wunder glaubst, dann geh in den Milchhandel, denn da erlebst du jeden Tag mehrere. Und darum, glaube ich, bin ich gespannt, wie das ausgeht. Ich glaube, das ist einfach Theatertona, dass es wieder einmal ein bisschen Lebenszeichen sozusagen geben und vermutlich wieder einmal für irgendwelchen Themen im Hintergrund ablenken. Aber das ist nur meine. Und das ist nur meine.